Er macht Drucke vom POS, vom Omnipost bis zum T-Shirt runter, super Qualität. Dankeschön für diese Unterstützung, für den Lauf 11, danke an Schalkwerbung und Druck. Ja und hier kommen an den Start aus Ungarn, Josef Tabacker von Rotwegstaaten, Robert Miskowiak mit der Startnummer 9 aus Polen von Blau startend, vor allem in Grobauer von Weißwegstaaten mit der Startnummer 3 für Deutschland und aus England Robert Lember von Gelbstaaten mit der Startnummer 14. Natürlich für den Fallen sind jetzt ein hartes Brot, gleich hier, direkt in Roviat-Miskowiak am Start, aber meistens ist dann so, dann beißt man mal so richtig auf die Zähne und dann funktioniert das auch. Dann geht's, ihr seid noch impose Fine und Druck. Erstицideen, nicht wenn ihr was will, goodness ist und nichts geschütztes. Dann muss ich sicherlich für- nervös wegen der Ure prochaine und bestimmt in Beobachtungsangehen, jetzt gibt es возвhens 어柱 aus overwhelm und analyze fullt Cabin mit der Startnummer 9. Dann geht's, ist es besser, mit der Versammlung haben sich mal circumventive Zeit mit der Fallen capitalize Zeit der Uhr�를 verhalten. Ja, und jetzt geht's. Und ab geht's hier. Ja, und die Nazi-Fahrer mit dem Traum, hier wird es um die Oberfläche. Aber, nein, nach wie vor, Robert Semperl, jetzt rein geht es an die Oberfläche. Da schneidet er ein bisschen auf den Ringrad. Geht innen rein. Ja, kann er es schaffen, in den Durchzug ziehen? Nein, er wird doch nicht ganz reichen. Aber, nach wie vor, Robert ist pro Berg in Führung. Die Volk anstatt mit dieser Oberfläche. Die Oberfläche und der Oberfläche leicht abgeschlagen vor allem den Gruber. Da läuft heute scheinbar nicht alles rund. Aber, nach wie vor, in Führung, Robert Niskowiak. Immer noch gefolgt von Robert Lempertz. Ja, und jetzt kommen jetzt hier wieder in die Zielkurve. Ja, aber, nach wie vor, in Führung, Robert Niskowiak. Gefolgt von Robert Lempertz. Und auf eine gute Position, die letzte Kurve. Robert Niskowiak. Immer noch in Führung. Gefolgt von Robert Lempertz. Er greift um allein. Nein, es reicht aber nicht mehr. Hier als Dritte durchs Ziel. Außer Ungarn fahren hier Josef Tabaka. Und vor allem den Gruber auf der Führung. Doppelung für heute.